hallo herzlich willkommen zur zweiten vorlesung im sommersemester 2021 rhetoriktheorie position aus europa heute gehen wir in die philologie rein es geht um diesen herrn ernst robert kurzius 1886 bis 1956 und sein buch europäische literatur und lateinisches mittelalter von 1948 das bild von kurzius dieses fotoporträt entstammt einer festschrift für ihn und das bild muss so von anfang der 50er jahre sein man sieht da auch tatsächlich mit dieser coolen zigarettenspitze außer den typus natürlich das groß ordinarius des alteuropäischen gelehrten buch vor sich und so vom ganzen habitus her verkörpert es auch was kurzius tatsächlich war wie immer kurze biografie weil das auch hier sehr wichtig ist ohne die biografie oder diese hintergründe kann man die arbeiten von kurzius eigentlich gar nicht verstehen 1886 geboren in tann im reichsland elsass lothringen das gehörte damals zu preußen kurzius selber entstammte einer preußischen familie der vater war verwaltungsbeamter eben in tann als ein preußischer protestant kurzius war kein elsässer muss man sagen das muss man dazu weil es manchmal falsch gesagt wird er war eben ein preußischer protestant durch und durch er hat in straßburg in berlin und heidelberg studiert er hat dann promoviert in straßburg bei gustav gröber mit einem medialistischen thema und sich in bonn wenige jahre später habilitiert dann war er soldat im ersten weltkrieg wurde auch schwer verwundert an der westfront hat dann nach dem ersten weltkrieg eine wissenschaftliche karriere weiter verfolgt war erfolgreich professor in marburg in heidelberg und schließlich ab 1929 dann in bonn wenn man anguckt was kurzius in diesen jahren also in dem guten jahrzehnt bis 1932 33 publiziert hat also wenn man seine arbeitsschwerpunkte anguckt dann kann man sagen kurzius war ein spezialist für die literatur des 19 und 20 jahrhundert er war ein spezialist für die moderne literatur sind das buch von 1929 james choice und sein ulysses das ist ja der roman der moderne schlechthin 1922 erschienen er war ein spezialist für frankreich für die französische kultur und auch ein kulturvermittler in dieser situation die ja nach dem ersten weltkrieg auch schwierig war der erzfeind frankreich und all diese diese nationalistischen denkfiguren die damals ganz wirkungsmächtig waren kurzius hat sich immer als europäer verstanden und war in frankreich freund ganz dezidiert hatte auch sehr viele kontakte nach frankreich zu schriftstellern intellektuellen gelehrten also jemand der tatsächlich stark kosmopolitisch ausgerichtet war und überhaupt nicht national nationalistischen hinsicht 1932 dann ganz wichtig das buch deutscher geist in gefahr da gehe ich gleich noch ein bisschen näher darauf ein das ist sehr wichtig auch für europäische literatur und lateinisches mittelalter und dann 1932 muss man sich natürlich vergegenwärtigen was an politischen ereignissen passiert ist es gibt zwei reichstagswahlen im juli eine dann im november eine die nationalsozialisten wohl im juli 37 prozent im november 33 prozent also stärkste kraft sozusagen und im januar am 30 januar 33 wird hitler dann zum reichskanzler ernannt dass die sogenannte macht ergreifung und damit war klar die weimarer republik ist vorbei und sie sehen dann natürlich in den publikationen wenn sie das angucken so eine art publikationspause auf die werde ich dann noch eingehen die ist tatsächlich was die aufsätze an lang gar nicht so stark aber es erscheint eben jetzt 16 jahre lang kein buch und kurz ist also in den 16 jahren von elemente der bildung und deutscher geist in gefahr auf dieses buch elemente der bildung gehe ich nachher auch noch ganz kurz ein erscheint eben kein buch mehr er wird 51 emeritiert liegt nach rom stirbt aber dann schon 1956 wenn man überlegt was war sozusagen in der in der romanistik anst robert kurzes was war das finde ich figur welche bedeutung war der da kann man sagen war neben den figuren die ich hier aufgezählt habe karl frostler erich auerbach leo spitzer werner kraus einer der ganz ganz großen romanisten des 20 jahrhunderts also einer der ganz wichtigen figuren im fach romanistik diese beiden bücher müssen wir uns jetzt näher angucken deutscher geist in gefahr von 1932 und dann natürlich europäische literatur lateinisches mittelalter weil das rechte buch ist ohne das linke nicht zu denken das ist eigentlich die sagen wir mal grundlage und auch der impetus des anliegen warum europäische literatur und lateinisches mittelalter dann entsteht in den 30er und 40er jahren das findet sich eben in diesem buch deutscher geist in gefahr darauf müssen wir jetzt uns noch mal ein bisschen zeit verwenden also kurzes war zwar media wisst von seiner promotion her er hatte sich dann aber profiliert als spezialist für das 19 jahrhundert und die gegenwart kurzes war kein rhetorik experte vor europäische literatur und lateinisches mittelalter vor den 30er 40er jahren oder den aufsätzen die dort noch erschienen sind er hat 1932 diese streitschrift vorgelegt deutscher geist in gefahr das sieht die aus etwa 130 seiten ein buch gegen den kultur verfall den er sah also ein kultur kritisches werk auch ein kultur pessimistisches werk aber auch mit der idee wie man sozusagen den verfall aufhalten kann kurzes schreibt 1946 in der zeitschrift die wandlung das buch also deutscher geist in gefahr war eine streitschrift gegen die selbstpreisgabe der deutschen kultur gegen kultur hass und seine politisch soziologischen hintergründe und die politisch soziologischen hintergründe da steckt unter anderem da kann ich nicht darauf eingehen heute das ist aber auch mal intellektual geschichtlich sehr interessant ein streit den kurzes erbittert führte gegen den soziologen karl mannheim einer der großen gelehrten streite der großen kontroversen am ende der weimarer republik frage diagnose was ist eigentlich was ist der verfall das sagt er der verfall besteht als der kultur hass besteht in der flucht vor der vergangenheit sagt er also der die deutschen bliehen vor der vergangenheit es gibt kein verständnis mehr für die historie und dann etwas das nennt er die tempo besessenheit die zweifellos ein neurotisches symptom ist und allerhand ausfalls erscheinungen zur folge hat tempo besessenheit da muss man sich denken an die die großstadt kultur berlin der 20er jahre der der aufkommende massenkonsum der verkehr die beschleunigung des lebens im grunde ist es eine kritik an der moderne die nun auf ein krankheitsbild neurot auf eine neurose zurückgeführt wird auch so eine modekrankheit in der zeit und als gegenposition sozusagen gegen die ständigen neuerungen gegen das sozusagen forcierte tempo der moderne schlägt kurzes der eben konservativer war schlägt er vor den den rückgriff auf ein ideal der kontinuität das wird was sein was auch für europäische literatur und lateinisches mittelalter absolut prägend ist diese idee der kontinuität und er greift auch zurück das nenne ich hier schon mal weil das später auch noch mal wichtig wird er greift zurück auf cg jung ein schweizer psychoanalytiker bei dem kurzius auch in behandlung war kurzius hat 1932 eine reihe von zwei psychische zusammenbrüche erlebt die auch sozusagen mit diesem thema kulturverfall zu tun haben also sozusagen seine krisendiagnose hat sich auch krank als krankheit manifestiert an seinem körper und er greift in dieser schrift eben auch auf cg jung und die schrift seelenprobleme der gegenwart zurück was ist kurzius heilmittel und das wird auch was sein gedanken die für europäische literatur und lateinisches mittelalter ganz ganz zentral sind bildung humanismus humanismus als ein wesensmerkmal des europäismus also da ganz klar gegen das nationalistische die europäische karte fielen deutschland ist teil von europa weiter wenn wir die tausendjährige geschichte des abendländischen humanismus von 800 bis 1800 überdenken werden wir sein wesen und die heutige lage nun vielleicht doch besser verstehen also kontinuität denken in großen räumen nicht immer denken nur in so schneller taktung wie sozusagen der fahrplan einer u-bahn ist alle fünf minuten kommt was neues vorbei sondern mal tatsächlich ein zeitraum von 1000 jahren sich überlegen humanismus schreibt er weiter ist bildungsprinzip der in allen zeitabschnitten auf allen schauplätzen unserer abendländischen geschichte erscheint und die abendländische geschichte ist natürlich europa also das ist usa oder so was hat eigentlich kein wirklichen blick das ist sozusagen ein bewahrer der europäischen identität wenn man auch so will er bezieht sich dann in dem buch auch auf den geschichtstheoretiker ernst troeltsch der für die weimarer republik ganz zentral ist die grundlegende denkfigur die ist glaube ich jetzt auch schon klar geworden lautet wie kann man die gegenwart retten man muss sich beziehen auf die wirkungsgeschichte der antiken kultur also das ist sozusagen die entscheidende denkfigur sozusagen die zukunft liegt eigentlich in der vergangenheit in der reaktivierung der vergangenheit in der verwachsung unserer modernen welt mit der antike schreibt kurz ist nicht lese das zitat vor wenn ein moderner abendländer sich an welchen punkte auch immer mit der antiken welt in beziehung setzt so enthält solcher vorgang darum noch sehr viel mehr und sehr viel anderes als historisches studium als bloß historische studium muss man sagen zum beispiel der maya kultur nämlich rückkehr zum ursprung und jetzt wird ganz emphatisch heilendes und stärkendes bad in den quellen aus denen unser leben entsprang also eine quellen metaphorik man badet in den quellen aber die quellen sind natürlich texte das sind texte der antike und der bildungsgeschichte man badet in diesen texten und erneuert sich da quasi dadurch selbst eine solche selbstversicherung und selbstfindung schreibt kurz ist geradezu ein spirituelles ritual für unsere abendländische menschheit nur wenn dies in seiner ganzen fülle und tiefe begriffen wird kann der humanismus als bildungsidee begründet werden und das ist sozusagen das was er in dem kleinen buch von 1932 leisten möchte eben die humanismus als bildungsidee steht am ende als sozusagen heilmittel gegen die krise der gegenwart die geschichtliche besinnung zeigt dass abendländische und also deutsche geschichte sich bisher immer aufs neue mit dem geistesserbe der antike hat auseinandersetzen müssen gewiss hat es zeiten gegeben in denen dieses hohe gut sich verdunkelte aber noch jedes mal ist das strahlend neu aus solcher nacht vorgegangen wir leben jetzt in solcher dunklen nacht im jahr 1932 aber kurz ist hat hier sozusagen noch hoffnung es gibt noch ein heilmittel es gibt noch einen weg hinaus ein jahr später war das natürlich vorbei 30 januar 1933 sogenannte macht ergreifung und dann ist eben die frage was passiert mit kurz ist als professor an der universität bonn kurz ist hat es sich ja exponiert mit einer ganz bestimmten antinationalistischen europäischen position welches schicksal hat er jetzt was hat er zu erwarten und da erscheint gleich im märz 33 also schnell wie das im jahr 33 so war da passieren ganz viele dinge in ganz hoher frequenz publiziert ein bibliothekar nationalsozialist hermann sauter im völkischen beobachtung beobachter eine rezession von deutscher geist in gefahr zur zweiten auflage und er schreibt dort und da kann man mal sehen wie sozusagen perfide die rhetorik auch dieser texte ist dem wissenschaftler kurzius werden wir die anerkennung für seine wissenschaftlichen forschung nicht versagen ja das fängt ganz harmlos an die pflege wahrer wissenschaftlicher forschung wird auch und gerade im neuen deutschland eine vornehme kulturaufgabe sein aber den kulturpolitiker kurzius müssen wir scharf ablehnen denn er hat uns gezeigt dass er für die wahren nämlich biologischen grundlagen der deutschen kultur rassismus nur wenig verständnis hat und hat uns damit auch die erkenntnis geschenkt dass er nicht recht noch fähigkeit besitzt ein für uns deutsche gültiges aufbauendes werk über die elemente der bildung zu schreiben wie er dies in dem vorwart zur zweiten auflage seines buches ankündigt der zweite auflage ist deutscher geist in gefahr zweite auflage und dieses buch elemente der bildung ist eben dieses buch was kurzius 1932 geschrieben hat nach deutscher geist in gefahr elemente der bildung es ist ein fertiges buch da gibt es auch druckfahren also der verlag hat es setzen lassen und kurzius hat es dann nach 33 einfach nicht publiziert und er hat auch eigentlich nie mehr von dem buch gesprochen und das ist eben wie gesagt erst 2016 dann erschienen im verlag c h beck argis also war kurzius in gefahr eigentlich was war jetzt sein standing an der bonner universität heinrich lausberg der muss so anfang der 70er jahre gewesen sein eine biografie über kurzius verfasst hat hier an auch das posthum nach lausbergs tod publiziert wurde und auf das verhältnis von lausberg und kurz ist es ganz interessant da werde ich in der nächsten woche dann noch darüber reden wenn es um lausberg geht es auch tatsächlich für die für die geschichte der rhetorik ist diese dass die beiden sich sozusagen getroffen haben ganz entscheidendes ereignis gewesen und lausberg hat eben so eine geschichte sagt er hat er war eben in gefahr in bonn der hat sich zu stark exponiert und er musste ganz ganz stark aufpassen dass er nicht irgendwas falsches macht und deswegen zieht sich kurzius eben weitgehend aus der öffentlichkeit zurück er schreibt eben keine bücher mehr vor allem nichts über gegenwartskultur er zieht sich ins mittelalter zurück und schreibt jetzt eben diese geschichte der kontinuität und diese geschichte der kontinuität ist europäische literatur und lateinisches mittelalter über zehn jahre arbeitet kurzius an dem buch werner kraus der andere berühmte romanist schreibt kurzius habe mit seiner entschlossenen gegenwartsflucht den typus des katakomben gelehrten verkörpert bisschen spöttisch aber es war halt für kurzius tatsächlich so er hat sich mit dem buch dann was er da in seiner katakombe im arbeitszimmer geschrieben hat auch sozusagen den intellektuellen gegenentwurf nationalsozialismus formuliert es ist nicht so dass kurzius in den jahren also 1932 bis kriegsende 45 gar nichts publiziert hätte im gegenteil er hat einiges publiziert lange aufsätze zur mittelalterlichen literatur zur rhetorik zu poetik aber eben nur medialistische themen und in wissenschaftlichen romanistischen fachzeitschriften er hat sich in der öffentlichkeit nicht mehr exponiert sondern tatsächlich sich in seine katakombe des arbeitszimmers zurückgezogen dann erscheint 48 das buch und kurzius schreibt in den vor worten so ein bisschen was zur entstehung und auch zur verbindung von europäische literatur lateinisches mittelalter und deutscher geist in gefahr das erste zitat mein buch ist nicht aus rein wissenschaftlichen zwecken entstanden sondern aus sorge für die bewahrung der westlichen kultur es macht den versuch die einheit dieser tradition in raum und zeit mit neuen methoden zu beleuchten im geistigen chaos der gegenwart ist es nötig aber auch möglich geworden diese einheit zu demonstrieren zweites zitat da sieht man eben ist es grund ein werk was auch sozusagen eine art souveränität noch mal demonstrieren will der intellektuelle souveränität gegen den nationalsozialismus zweites zitat die vorarbeiten zu diesem buch wurden 1932 begonnen über seine entstehung habe ich 1945 in der heidelberger zeitschrift die wandlung berichtet als ich meine vorstudien begann hatte ich meine streitschrift deutscher geist in gefahr 1932 veröffentlicht sie wandte sich gegen die selbstpreisgabe der deutschen bildung gegen den kulturhass und seine politisch soziologischen hintergründe da haben wir schon kleinen ausschnitt gehört das vorliegende buch ist der wunsch entsprossen dem verständnis der abendländischen tradition zu dienen soweit sie sich in der literatur bezeugt es wendet sich nicht nur an wissenschaftliche leser sondern auch an solche die sich für literatur als literatur interessieren der letzte punkt da wenn sie mal reingucken und das sollten sie tun da war nicht ein bisschen das ist ein unglaublich gelehrtes werk das ist unglaublich einschüchternd was der mann alles gelesen hat welche sprachen er alle kann und was er an entlegensten schriften des mittelalters kennt das ist tatsächlich kein buch für einfach nur für leser von literatur das ist buch für die gelehrten der unter den gelehrten ganz im gegenteil aber da sieht man eben auch auf welchem niveau kurzius operiert cg jung hatte ich schon erwähnt ist eine wichtige anregung für das buch aber auch muss man sagen ebi warburg der kunstwissenschaftler begründer der warburg bibliothek kurzius hatte ihn 1928 in rom kennengelernt und da auch kontakt gehabt dann auch später mit dem warburg institut gibt es ein briefwechsel warburg hatte ja ein konzept der pathos formeln entwickelt das sind sozusagen über die zeiten hinweg andauernde kontinuierliche sozusagen pathetische ausdrucksformen die sich über zeiten und kulturen quasi im sinne von seiner art psycho ist war manifestieren in werken der bildenden kunst warburg hat lange gearbeitet an seinem sogenannten nemo syne atlas den auch nicht wirklich fertiggestellt der ist fragment geblieben aber der dokumentiert eben in bildern diese pathos formeln wenn sie wollen und wenn sie können in bonn läuft gerade eine ausstellung in der bundeskunsthalle bis ende juli 21 wo dieser nemo syne atlas von warburg in der rekonstruktion rekonstruierten fassung präsentiert wird und warburg eben das ist interessant wem ist das buch gewidmet hier europäische literatur und lateinisches mittelalter gibt es hier zwei widmungen als ich ob es man lesen kann gustav gröber und ebi warburg in memoriam also einen akademischen lehrer bei dem er seine doktorarbeit verfasst hat und eben ebi warburg sind im grunde die großen paten intellektuellen dieses buches zentralbegriffe von europäische literatur und lateinisches mittelalter und dem werk wende ich mich jetzt zu sind eben tradition latein bildung europa und eben rhetorik rhetorik das ist etwas was er offensichtlich in den 30er jahren entdeckt hat dass die enorme bedeutung der rhetorik da werde ich auch noch genauer eingehen welche sozusagen formierende kraft es war wie die europäische kultur denn wenn man zum beispiel guckt hat den ja dieses buch elemente der bildung gerade schon mal in den hand gehalten da hat es auch drei seiten über rhetorik drin die aber stinklangweilig sind da steht überhaupt nichts drin was interessant ist und das verrät hier auch nicht dass warburg da viel ahnung von rhetorik hat sondern der hat das gewusst war romanist medialist was man eben weiß über rhetorik wenn man aus dem fach kommt aber die extreme vertrautheit mit der geschichte der rhetorik die man dann 48 sieht die findet sich noch 1932 noch nicht europäisierung des geschichtsbildes hatte ich auch schon das zitat genannt ist heute politisches erfordernis geworden nicht nur für deutschland also seine idee literatur geschichtlich ein über den weg über europa auch tatsächlich eine politische agenda zu formulieren gegen die zerstückelung europas tatsächlich das einende von europa das europäische von europa eben herauszuarbeiten und das europäische das verbindende glied ist eben latein die latinität des sprechen und schreiben im lateinischen das latein schreibt kurzes in dem zitat ist die bildungssprache der 13 jahrhunderte die zwischen virgil und dante liegen und mit dante hört es eigentlich auf also kurzes hat einen ziemlich seltsamen mittelalter begriff also ziemlich seltsam begriff von dieser epoche die er untersucht im grunde geht es nämlich eigentlich vor vergil zurück bis homäer und es geht eigentlich bis goethe letztlich also bis um die zeit um 1800 goethe war für kurzius eigentlich so der wichtigste autor der literatur und im grunde ist goethe auch so ein bisschen fluchten zum teil geht es dann bis ins 19 jahrhundert hinein also es ist keineswegs ein irgendwie scharfes gebrochen konzept und das ist programmatisch unscharf weil kurzius demonstrieren will wie welchen immensen einfluss die lateinische kultur auf das abendland auf europa hatte was er dann macht vor allem in den eingangskapiteln zur europäische literatur lateinisches mittelalter ist zu polemisieren das liest sich heute immer noch wunderbar weil kurzius nicht hinter berg hält mit polemik sagt ja das was ich mache die lateinische tradition ist von den national philologien und den neueren literaturwissenschaften völlig ignoriert worden die haben also im grunde das was eigentlich wichtig ist überhaupt nicht verstanden sagt er und überhaupt das ganze paradigma der national philologien also germanistik anglistik romanistik das ja bis heute eigentlich unsere universitätsstruktur wenn sie an den brechbau denken welche institutes dort gibt das prägt er bis heute eigentlich unsere unsere disziplinen architektur sagt er das ist völlig ungeeignet die sozusagen die nationale perspektive wie sie aus dem 19 jahrhundert kommt man muss nämlich literatur komparatistik betreiben und der diagnostiziert auch dass es überhaupt einen verfall wissenschaftlicher standards gibt in der literaturwissenschaft am beginn des 20 jahrhunderts mit ihren methodischen paradigmen zum beispiel geistesgeschichte ist dort ein paradigma was er völlig ablehnt die verbindung von literatur psychologie die eine große rolle spielte die fixierung auf erlebnisse des dichters die eine große rolle spielte in der literaturwissenschaft dieser jahre das lehnt er alles ab und er wendet den blick auf form aspekte der literatur sagt ja im grunde wo wir uns eigentlich zurück besinnen müssen ist die klassische philologie nur die klassische philologie hat eigentlich solche disziplinären methodischen hohen standards die geeignet sind überhaupt literar historisch arbeiten zu können also auch da ist eine radikale abrechnung mit seinen fachkollegen eigentlich im grunde und es ist dann wenn man das buch anguckt und ich werde gleich zum inhaltsverzeichnis dann kommen eigentlich auch ein seltsames buch es ist eine literaturgeschichte es ist historisch durch und durch aber es ist eine literaturgeschichte ohne geschichte also ohne sowas wie master narrative im sinne von der aufstieg von die entwicklung von darum geht es kurz ist überhaupt nicht sondern er will eine solche konstanten darstellen dinge die sozusagen persistieren in der literaturgeschichte und da kommt er dann noch auf die top zu sprechen und auch die rhetorik zu sprechen da werde ich gleich noch dazu kommen es gibt in vorwort zur zweiten auflage dazu und das finde ich ein sehr schönes bild im vergleich mit mit der archäologie und mit modernen entwicklungen in der archäologie schreibt nämlich die heutige archäologie hat überraschende entdeckung gemacht durch luftfotografien aus großer höhe durch diese technik ist es zum beispiel gelungen das spätrömische verteidigungssystem in nordafrika erstmalig zu erkennen wer auf dem boden vor einem trümmerhaufen steht kann die ganzheit nicht sehen die die fliegeraufnahme sichtbar macht aber diese aufnahme muss dann vergrößert und mit der generalstabskarte verglichen werden eine gewisse analogie zu diesem verfahren bietet die hier angewandte technik der literaturforschung also tatsächlich die idee ist von oben drauf zu gucken wie auf einer luftfotografie oder heute würden wir sagen auf eine satelliten aufnahme oder über google maps drauf zu gucken auf dieses gebiet der europäischen literatur seit der antike und dort sozusagen strukturen zu identifizieren die man normalerweise nicht sieht wenn man nur einzeltexte in seiner philologie anguckt das heißt das ist eigentlich diese idee auch zu atomisieren erst mal welche einzelnen einheiten zu identifizieren die dann natürlich wieder eingespeist werden in die interpretation literarischer werke er schreibt die zeitlose gegenwart das sind dinge die bleiben die sind die sind gegenwärtig immer noch die sind vielleicht in der antike irgendwann mal entstanden aber die sind noch gegenwärtig die zeitlose gegenwart die der literatur wesensmäßig eignet bedeutet dass die literatur der vergangenheit in der jeweiligen gegenwart stets mitwirken kann so kann homer in virgil virgil und dante plutarch und seneca in shakespeare shakespeare in goethes götz von berlichingen eurypides in rasins und goethes iphigenie oder in unserer zeit tausend und eine nacht und kalderon in hofmannsthal die odyssee in choice eischelos petronius dante tristan corbiere das ist ein französischer lyriker mitte des 19 jahrhunderts spanische mystik in tier es elliot wie die europäische literatur nur als ganzheit verfahren kann so kann ihre erforschung nur historisch verfahren aber nicht in der form der literatur geschichte geschichtliche betrachtung hat analytische methoden auszubilden das heißt solche die den stoff auflösen wie die chemie mit ihren reagentien und seine strukturen sichtbar machen das sind so diese zwei analogien einerseits diese luft fotografie dies möglich macht solche strukturen zu erkennen aber dann eben sozusagen die idee dass man dann einzelne bestandteile auflösen muss mit so einer säure oder mit irgendeinem mit so einer reagent sie um dann sozusagen einzelne bestandteile dann auflösen zu können aus einem größeren ganzen das ist das buch jetzt mal in seiner struktur das sind das buch hat 608 seiten 18 kapitel auf etwa 400 seiten und dann noch einmal 25 exkurse auf etwa 150 seiten und vor allem die exkurse da wie gehe ich gleich noch mal ganz kurz darauf ein das sind zum teil so sachen mit mit wenigen seiten hat man eindruck dass es im ganzen karteikasten hat so lektüre notate noch und dann macht er noch einen kleinen exkurs und sie sehen hier es geht um europäische literatur kapitel 1 kapitel 2 lateinsche literatur der kapitel 3 literatur und bildungswesen das ist das fundament der literatur und dann kapitel 4 rhetorik und topic und das ist das was uns natürlich als rhetoriker interessiert kurzius über rhetorik und vor allem sozusagen diese wiederentdeckung der topic das ist das entscheidende sozusagen der entscheidende theoriebeitrag den kurzius geleistet hat zur rhetorikgeschichte zur geschichte der rhetoriktheorie und der methoden der rhetorikforschung in der literaturwissenschaft im 20 seiten also kapitel 5 ist ganz zentral und hier sieht man dann das sind die einzelnen exkurse beispielsweise ein exkurs der affe als metapher das ist ja so eine metapher die der poetik eine rolle spielt im bereich der imitatio wir haben ja heute noch das sprichwort jemanden nachäffen daher kommt es der affe steckt da drin im nachäffen also eine negative bewertung von einer form der nachahmung und solche kleinen metapher geschichten das hat hier anderthalb oder zwei seiten finden sich dann im exkurs zu europäische literatur und lateinisches mittelalter das ist so viel zum aufbau dieses werkes wie geht kurzius vor sozusagen vor allem induktiv das ist eben auch sozusagen dieses bild der luftfotografie man großräumig mal was an und dann entdeckt man was und dann geht man weiter kurzius sagt relativ weit hinten im schlusskapitel aber die rhetorik war eine macht es ist eine entdeckung eigentlich die entdeckung der 30er jahre die entdeckung dass die rhetorik in der geistesgeschichte europas eine immense macht war denn die rhetorik blickt lenkt den blick unter anderem auf normale aspekte von literatur auf literarische konstanten also dinge die bleiben auf elemente des beharrens auf die kontinuität über jahrhunderte und das führt dann nach kurzius zu einer neuen anschauung vom inneren zusammenhang der europäischen literatur also die rhetorik ist sozusagen der eye opener für ein völlig neues verständnis europäischer literaturgeschichte er bezieht sich auf ein diktum von evie warburg da kommt er der hamburger kunsthistoriker der liebe gott steckt im detail des warburg und kurzius für die idee dass man mal an konkreten einzelheiten ein text beobachtung dinge die einem auffallen und die einem auffallen weil man unglaublich belesen ist also da steckt wahnsinnig viel fleiß gründlichkeit und engagement dahinter kurzius selbst schreibt denn ist ein induktives vorgehen dass man bemerkt etwas weil man schon so viel gelesen hat ansatz bei den genau umgrenzten einzelproblemen in lektüre zum beispiel den topos greiser jüngling etwa fand ich bei gregor auf den heiligen benedikt angewandt es war er war auffällig dieser vergleich war aber niemand aufgefallen nach rückwärts ließ er sich bis zu silius italicus erstes jahrhundert nach christus und dem jüngeren plinius verfolgen nach vorwärts bis zu gongara das ist so 15 16 des jahrhundert 16 17 des jahrhundert also da kann man sagen 1000 jahre 1500 jahre kann man eben diesen topos dann immer wieder bemerkt man ihn dass solche dinge sich wiederholen ein muster bilden war das ein unikum fragt sich kurz nur wenn man einmal etwas bemerkt dann hat man vielleicht zwei drei fundstellen da fällt einem langsam auf ab wann wird es ein topos oder ließen sich andere topoi von ähnlicher dauerhaft aufspüren so ergab sich die aufgabe einer historischen topic das führte auf die antike rhetorik sie musste analysiert werden dafür aber man muss dazu freilich viel lesen das ist was kurzes in den 30er und 40er jahren eben gemacht hat viel lesen nur wenn man viel liest fallen einem diese dinge auf letztlich bedeutung der rhetorik das ist aus dem rhetorik kapitel von europäischen literatur und lateinisches mittelalter auch da ist wieder so die idee einer moderne kritik gegenwärts diagnose die ungünstig ausfällt die rhetorik hat in unserer bildungswelt keine stelle ein angeborenes misstrauen gegen sie scheint den deutschen eigen da kommt dann ein faustzitat gleich als sozusagen locus classicus der rhetorik kritik auch die antike rhetorik wurde von der deutschen wissenschaft bis in die neueste zeit meist als eine verirrung betrachtet und das sagte eben das ist falsch das ist der falsche weg im gegenteil antike grundfeiler der antiken kultur ist die rhetorik und man muss einig zu einer neu bewertung einer rehabilitation der rhetorik und man muss die rhetorik verteidigen wieder in ihr recht rücken als eben eine bildungskonstante des abendlands denn die rhetorik war eine macht die rezeption der antiken rhetorik hat weit über das mittelalter hinaus den künstlerischen selbst ausdruck des abendlandes mitbestimmt das stimmt die rhetorik hat nicht nur die literatur sondern auch teilweise die bildende kunst malerei bildhauerei und auch die musik tief beeinflusst durch ihre kategorien und durch ihr rhetorisches auch durch das produktionsseitige denken was die rhetorik hat und die krise europas ist für kurz ist auch eine krise der rhetorik denn der traditions abbruch der rhetorik im 19 jahrhundert hatte ich ja in der nietzsche vorlesung ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen über diese rhetorik feindlichkeit die wir in deutschland haben stärker auch als in anderen ländern und der koinzidiert der fällt sozusagen zusammen mit dem niedergang alles das als die ganze rhetorik sagte kulturkritisch natürlich wieder so ein verfalls diagnose all das ist heute makulatur und über die neu bewertung der rhetorik kommt kurz ist dann auch zu einer neu bewertung der topik und der topoi der topoi als etwas das kurzius versteht als so eine art literarisches klischee und er unterscheidet zwei topos begriffe das finde ich wichtig das noch mal hervorzuheben weil man kurzius vorgeworfen hat da komme ich ganz am schluss aber relativ knapp darauf dass ein falschen unantiken topos begriff hat und das stimmt natürlich aber er differenziert es wohl und er reflektiert das auch es ist keineswegs so dass er ein fehler macht was man ihm vorgeworfen hat sondern er reflektiert ist denn er unterscheidet eben diese zwei topos begriffe man sagt ja topper waren ursprünglich hilfsmittel für die ausarbeitung von redenen suchformeln in der invention zur argument und sagt aber ja das interessiert ihnen im grunde nicht sondern interessiert eigentlich dann der funktionswandel der rhetorik in der kaiserzeit sozusagen der funktionswandel der sich darin widerspiegelt abzeichnet dass nun die epideiktik wichtig wird die lobrede wird die zentrale redegattung nicht mehr die gerichtsrede oder die politische rede also da gibt es einen radikalen funktionswandel der eigentlich bis um 1800 bis um 1800 weitergeht und auch die literatur wird nun rhetorisiert auch die literatur und die kategorien sozusagen der poetik werden kaiserzeitlich dann ganz von der rhetorik her gedacht damit gewinnen wir kann mit gewinnen schreibt kurzius das ist eben dieser funktionswandel gewinnen auch die topoi eine neue funktion sie werden klischees klischees die literarisch allgemein verwendbar sind sie breiten sich über alle gebiete des literarischen fasten und geformten lebens aus und ein beispiel was er nennt ist in der ost rede also in der grauer rede die ja eine gattung der epideiktik ist der epideiktischen rede ist die dann solche formeln hervorbringt die immer wieder genannt werden und er nennt da zum beispiel den kondolenzbrief das ist ja heute eine sozusagen gattung des briefes den wir immer noch benutzen der kondolenzbrief ist eine schrumpfform eigentlich dieser kaiserzeitlichen gattung der epideiktik der trost rede wir verwenden heute immer noch solche topoi die eigentlich im grunde schon 1500 jahre alt sind oder noch länger nicht alle topoi lassen sich aus der rhetorik ableiten schreibt kurzius gibt auch literarische topoi spezifisch literarische topoi er schreibt während aber die antike topik teil eines leergebäudes also systematisch und normativ ist versuchen wir den grund zu einer historischen topik zu legen sie ist vielfacher anwendung fähig bewähren muss er sich bei der analyse der texte also auch da ist wieder klar er unterscheidet schon zwei topik konzepte topoi sind für ihn die kellerräume der literatur schreibt er an einer stelle und diese kellerräume das ist natürlich eine interessante metapher weil das ist eine metapher die ganz oft vorkommt im bereich dem nemo technik und das ist ja auch eine verbindung die es gibt eine verbindung zwischen topik und nemo technik diese sieben topoi arbeitet er etwas umfänglicher aus in paragrafen in dem topik kapitel in europäische literatur lateinisches mittelalter immer so ein paar seiten sind es nicht sehr umfangreich affektierte bescheidenheit ex audial topic schlusstopik natur anrufung der topos von der verkehrten welt knabe und greis und greisin und knabe und ich will da nur auf den paragraf 3 auf die affektierte bescheidenheit kurz eingehen den rest können sie gern selber nachlesen ich will das ja nur exemplarisch vorstellen bescheidenheitsform das ist zum beispiel so was wie affektierte bescheidenheit so der autor geht nur zitternd angstvoll mit zittern und beben an sein werk das ist eben eine ganz beliebte beliebter topos der affektierten bescheidenheit gerade zum beispiel der ex ordial topic der autor sagt ja angesichts dieses tollen herrschers wie soll ich es schaffen eine angemessene lobrede hier zu halten ich zittere schon bin voller angst ob ich meiner großen aufgabe ob ich diese große aufgabe bewältigen kann und sowas und das sind also topos die wir auch heute zum teil noch in lobreden durchaus finden und die eben kurzus einreit unter die affektierte bescheidenheit ein zweiter topos der dort auch eine rolle spielt ist das schreiben auf befehl da schreibt kurzius unzählige mittelalterliche autoren versichern sie schreiben schreiben auf befehl die literatur geschichten nehmen das als bare münze auch wieder so ein seitenhieb irgendwie gegen seine kollegen doch ist es meistens nur ein topos also die sitzen nicht im gefängnis die autoren und schreiben weil ihnen wirklich irgendwie ein schwert irgendwo an den hals gelegt wird sondern das ist ein literarischer topos sagt kurzius und sozusagen dieses spöttische was er hat das ist ganz typisch für kurzius da ist natürlich spielt auch eine unglaubliche überlegenheit eine überlegenheit die auch tatsächlich seinen grund hat der hat halt wahnsinnig viel gelesen der kannte wahnsinnig viel deswegen konnte er sich den spott auch tatsächlich erlauben dann gibt es aber auch bei kurzius und das führt vielleicht schon wieder zurück in die streitschrift aus dem jahr 1932 das ist eben nicht nur literaturgeschichte dieses buch sondern es ist auch seelengeschichte im grunde seelenlage ist so ein wichtiger terminus bei kurzius denn die topoi haben für ihn irgendwie unterhalb der literaturgeschichte quasi noch einen ein tiefer liegendes sozusagen psychohistorisches fundament und veränderung von topoi sind sozusagen epochal auch für ihn veränderungen anzeichen einer veränderten seelenlage da greift er zurück wieder auf cg jung auf diesen schweizer psychoanalytiker bei dem kurzius 1932 auch in behandlung war auf die sogenannte archetypen lehrer von cg jung die archetypen lehrer das sind so kulturübergreifend also urbilder die wir alle haben die wir in der seele des menschen haben also grunderfahrungen der menschlichen existenz die sich in ähnlichen bildern artikulieren und das ist etwas da greift kurzius auf cg jung zurück das ist für ein literaturwissenschaftler natürlich eigentlich ziemlich kühn muss man sagen das ist psychoanalyse zeigt aber zugleich auch welchen horizont kurzius hatte gab tatsächlich in den 30er jahren dann auch ein briefwechsel zwischen jung und kurzius über solche sachen und durch jung also durch diese analyse durch die behandlung die kurzius bei jung gemacht hat kommt kurzius dann auf dieses archetypen konzept entdeckt ist und dann entspannt sich so ein briefwechsel den der sich in der in zürich in der eth bibliothek findet im nachlass von jung ich habe das vor einigen jahren mal angeguckt diese briefe da kann man also schön sehen tatsächlich welchen einfluss cg jung hat auf europäische literatur und lateinisches mittelalter und diese idee letztlich auch das topoi auch so eine art seelischen ausdruck haben und das ist auch die verbindung natürlich zu den pathos formeln von ebi warburg europäische literatur heißt das buch ja aber es ist auch immer interessant zu sehen wo kurzius seinen horizont überschreitet zum beispiel bei der diskussion des topos knabe und kreis kommt er dann zu sprechen auf den taoismus auf den buddhismus als östliche religion er erwähnt auch die religion der etrusker er kommt auf den islam zu sprechen er kommt auf tausend und eine nachzusprechen also er überschreitet auch immer wieder diese diese sozusagen räumliche grenze der europäischen kultur und er überschreitet auch tatsächlich zeitlich es geht zum teil wirklich bis ins 19 jahrhundert dann hinein also auch da das ist kein keineswegs nur ein buch über das europäische mittelalter sondern ist es ein buch über viel viel mehr einzige was ausgeklammert wird ist die gegenwart also im 19 jahrhundert ist dann tatsächlich was bleibt zum schluss die frage die man sich ja auch wählen muss was bleibt von kurzes 1948 erschienen elf auflagen bis 1993 viele übersetzungen fünf oder sechs in eigentlich alle wichtigen europäischen literatur sprachen es ist bis heute ein absoluter klassiker eines der klassischen werke der literaturwissenschaft des 20 jahrhunderts wie die rhetorik ein ganz wichtiges buch weil kurzius angestoßen hat eine rehabilitation der rhetorik also hat die rhetorik wieder in den blick der philologien gerückt auch in seinem gegenstandsbereich also in der medievistischen literaturwissenschaft wo die rhetorik vorher keine wirklich große rolle gespielt hat hat er eben über die latinität und über das bildungswesen kassiodor und solche leute noch mal darauf hingewiesen ja wie wichtig eigentlich die rhetorik ist als fundament sozusagen europäischer bildung europäischer literatur europäischer kunst bis weit ins 18 jahrhundert zum teil bis ins 19 jahrhundert hinein also das buch was sozusagen art game changer wenn man so will und war wahnsinnig einflussreich dann tatsächlich weil es noch mal neuen blick eröffnet hat auf die literatur es war auch wichtig weil es tatsächlich auch das ist ja eines von kurzius anliegen zu sagen ja die nationale philologie die sich im 19 jahrhundert herausgebildet haben auch als nationale projekte als projekte des nationalstaats als bildungsprojekte die sind eigentlich ein stück weit eine fehlentwicklung denn zumindest für die älteren epochen aber im grunde gilt es für heute genauso ist es nicht so dass wir nur zum beispiel werke der deutschen literatur lesen sie gucken was auf der spiegel bestsellerliste heute steht gibt es ein paar werke deutscher autoren autorinnen aber es gibt auch viele übersetzungen das ist auch für ganz viele leute normal dass man buch auf französisch liest mit film im original guckt und alle diese dinge als dieses modell der national philologie hin zu gucken auf sozusagen das eigene das deutsche die die deutsche sprache literatur in deutscher sprache das ist sozusagen eine konstruktion die aus dem 19 jahrhundert erklärbar ist aber eigentlich sehr künstlich ist und nicht bruchbar ist denn sie verzerrt eigentlich das bild wie es wirklich ist nämlich europäisch und kurzes hat auch blick darauf gelenkt dass auch literarische prozesse literar historische prozesse in so mit so einer langen dauer in so einer langen dauer nach vollzogen rekonstruiert werden können also modelle langt die rei das modell des topos der historischen topic das war war und kann man vielleicht auch sagen ist in den literaturwissenschaften heute noch heute noch gebräuchlich da kann ich sie verweisen auf den artikel von hess im realexikon der deutschen literaturwissenschaft der hat es im forschungsbericht so ein bisschen aufgelistet im artikel topic was da alles so entstanden ist auf dieser methodischen grundlage der historischen topic man sagt heute aber also frankrutger hausmann zum beispiel ein artikel oder jander müller 2019 was doch leicht ein bisschen sozusagen der limitierende faktor ist an diesem modell ist eben dass es immer nur auf die kontinuitäten guckt und auf sozusagen die die wiederholungs dinge tatsächlich ist das ein einwand der zum teil berechtigt ist aber nur zum teil denn es gibt bei kurzius in dem allerletzten kapitel im in den anhängen tatsächlich auch überlegungen die weit darüber hinaus gehen das ließen die ist nur irgendwie keiner weil man dann schon auf seite 600 ist aber da geht es tatsächlich um die frage um kreativität und um das neue in der literaturgeschichte wieder mit bezug auf die antike nämlich mit bezug auf pseudolongins perahypsus den traktat über das erhabene also er bleibt da keineswegs stehen und reflektiert das auch man liest die sachen nur glaube ich nicht wirklich gründlich aber lesen muss man halt kurz was es gab ist ab den 50er jahren eine ganz scharfe kritik an kurz ist an diesem konzept der historischen topic märtner jen wiedemann ich nenne da drei autoren das können sie gerne nachlesen wenn sie wollen die kritisieren eben ganz stark oder werfen kurzius vor der hat die ganze antike topic nicht verstanden da geht es ja um suchformeln für die argumentfindung kurzius hat im grunde ein verzerrtes völlig verzerrtes falsches bild von topic konrad wiedemann schreibt ja es ist jetzt ein falsches topos verständnis haben wir kurzius zu verdanken seine fehlentwicklung dass man sozusagen kurzius topos begriff benutze das muss man sagen finde ich in der kritik etwas überzogen den kurzius unterscheidet es ja deswegen war mir das vorher so wichtig kurzius selber reflektiert darüber sehr präzise er stellt nur dann die sozusagen argumentation topic die uns vielleicht näher ist nicht vor weil ihn sozusagen die gerichtsrede und die politische beratungsrede als gattung nicht interessieren weil die für die literatur nicht so wichtig sind ihnen interessieren eben die gattung der epideiktik auch kritisiert wird ist eben diese frage des klischees peter jen sagt ja das ist restaurativ ideologisch ist das ausdruck einer restaurativen konservativen gesinnung mag sein aber das sind eben auch sozusagen die jahre um 1970 wo ganz stark ideologisch argumentiert wird die idee vom topic als vorratsmagazin wird ganz stark kritisiert von der idee dass die topic fertige argumente bereitstellt statt eben suchformeln also dieses falsche topos verständnis von kurzius und da muss man eben auch sagen ja es gab historisch eben auch in der frühen neuzeit so ein topos verständnis vom topos von der topic als vorratsmagazin kollektanien sammlung florelegien sammlung also alle diese idee dass man zitate sammlung phrasen sammlung sich anlegt also all diese form der materialen topic die gab es natürlich schon auch also das muss man auch sagen diese diese diskussion die damals geführt wird ich finde sie ein bisschen einseitig sie hat viele gute argumente und ist es sicher wichtig die auch noch zur kenntnis zu nehmen aber ich finde sie etwas überspitzt und etwas manchmal etwas unfair auch kurzius gegenüber weil ich schon finde dass er eigentlich manchmal klüger ist als seine kritiker gut so viel zu ernst robert kurzius europäische literatur lateinisches mittelalter eines der ganz wichtigen werke jetzt in der naturwissenschaft hier in der romanistik und mit ausstrahlung auch natürlich in die anglistik und in die germanistik hinein jetzt haben wir also ein mit nietzsche ein autor gehabt der sozusagen rhetorik und philosophie macht mit kurzius ein autor gemacht der die rhetorik neu entdeckt rehabilitiert aus sicht der literaturwissenschaft und wir werden in der nächsten woche zu heinrich lausberg kommen der die rhetorik entdeckt als sprachwissenschaftler als lingo ist damit bleibe ich für heute mit guten wünschen wie immer bleiben sie gesund und bis zur nächsten woche vielen dank fürs zuhören tschüss